Überall blühen Blumen, du bist nicht allein. Nimm die Welt in deine Hand, dann wird sie deine sein. Spring nicht aus dem Fenster, was in neuen Mut. Denn du hast einen Engel, mit dem wird alles gut. Als Eiswürfel, du wirst es sehen. Als Eiswürfel, die Welt ist schön. Ernst Eiswürfel will aus dem Fenster springen. Millionen Fernsehzuschauer kennen dafür die Gründe. Eine nicht enden wollende Pechsträhne in Liebesangelegenheiten. Unzufriedenheit mit dem äußeren Erscheinungsbild. Und eine negative Erfolgsbilanz. Auch im Berufsleben sind wir ernst Anlass genug, selbst an seinem bisher so hilfreichen Schutzengel zu zweifeln. Aber noch einmal schöpft der sympathische Jugendliche durch die unverhoffte Rückkehr seines geliebten Vaters Hoffnung, dass sich nun doch alles zum Guten wendet. Seht ihr, Kinderchen, ich hab's schon immer gewusst, dass ihr irgendwann mal was auf die Beine stellt, euer Vati. Nicht, Schatzi? Ich will aber nicht umziehen. Alle meine Freunde wohnen hier. Ach, und du Ernst? Ich hab ja keine Freunde. Siehste, Luzi, Ernst will auch. Ist mir doch egal. Aber warum muss es denn schon morgen sein? Ja, weil Papa deinen Laster hat. Und wie soll ich in der kurzen Zeit meine ganze Lego-Burg abbauen? Ernst, die? Ja? Warum wirfst du den ganzen Dreck nicht einfach weg? Deine ganzen schönen Kindheitserinnerungen? Ernst, du bist 28. Andere Männer in deinem Alter haben einen eigenen Golfplatz und du spielst mit Lego. Und? Wenigstens von den Barbie-Puppen könntest du dich trennen. Du bist ja nur neidisch, weil du keine Hände hast. Kerstin! Die Möse packen Kinder! Ja, Mama, ich bin fertig! Allerdings. Prost, Kiste! Äh, vorsichtig! Sonnenbrillen retten. Anzug retten. Alles andere ist unwichtig. Na gut. Mama! Ja, mein Liebling. Wieso bist du eigentlich nicht in der Schule? Mama, ich geh schon seit vier Jahren nicht mehr zur Schule. Wie die Zeit vergeht! Vorsicht! Sag mal, Mama, wo ziehen wir eigentlich hin? Hins Grüne. Echt? So mit Rasenmäher und Katzen und Hunden und Nachbarn die im Garten gehen? Kommt meine Männer nicht an, Leute am Tag! Lucy! Ja, Ernst, die mit Grillen. Komm, steh hier nicht um, mach deine Hausaufgaben. Mama! Ah! Nachher lese ich dir was vor. Vorsichtig, nicht fallen lass es, mein Mann! Ernst? Passe doch auf! Geh raus, den Transportbeaufsichtigen. Ja gut, ja gut, ja gut. Hey, guck mal! Ich heb Schullandheim. Die da, die hab ich gemocht. Wegen der bin ich damals über diesen Balken balanciert. Über den Fluss. Das tut mir leid. Ja, alle haben gelacht. Damals hat es angefangen. Nein, Schnullerbacke, liegen lassen. Wie? Die Zeit der Niederlagen ist vorbei. Du bist jetzt erwachsen. Ab heute wird alles anders. Klingt gut. Hab ich aber schon mal von dir gehört. Sieh mal da drüben. Wie? Hab ich arrangiert. Die gleiche Gegend. Sie wird da niemanden kennen. Nur dich. Wahnsinn, du hast was richtig gemacht. Jetzt wird alles besser, Ernst. Alles wird gut. Ja, jetzt ist die Zeit reif. Mit dem wird alles gut. Ernst Eiswürfel, du wirst es sehen. Ernst Eiswürfel, die Welt ist schön. Ernst Eiswürfel will aus dem Fenster springen. Eine Katastrophe für Millionen von Fernsehzuschauern. Denn nicht nur die Cracker Boys würden den Identitätssuchenden Jugendlichen mit der flotten Brille und dem Schutzengel schmerzlich vermissen. Sondern auf der Damenwelt würde einer der erfolglosesten Eroberer verloren gehen. Vor allem aber Ernst Schwester Luzi müsste die ständig wechselnden Liebhaber von Mutter Eiswürfel alleine ertragen. Hau! Heimdorf! Heimdorf! Ganz wahnsinnig, du. 40.000 Vorschuss für ein simples Computer. Ah, das ist so irre. Da kriegen wir danach schöne Essen bei Träfer, nicht Schatzi? Ja, Maus. Das reicht. Sieh, pass auf, das hat ein Vermögen gekostet. Aber es ist dreckig wie ein Neues. Und die ist umtauschen. Gut, aber wenn diese Arschnase vom Verkäufer das Ding nicht tauscht, haltest du die Koktion. Ernst? Ja, Inge? Ich hab gerade die Idee. Das hatte ich befürchtet. Aber ich mach nicht mit. Ich ess noch dieses Brötchen auf und dann spring ich aus dem Fenster. Tust du nicht, du wirst Hacker. Cracker, ich. Vergiss es. Es reicht doch, wenn sich meine Schwester aufführt wie Krokodil Dandy. Nicht Cracker, Ernst. Hacker, Computer, Schiffs, Platinen. Die große Kohle wartet auf dich. Und Frauen? Und Frauen. Wo Geld ist, sind auch Frauen. Frauen wie meine Mutter, ja? Keine Diskussionen. Computer regieren die Welt. Du regierst die Computer. Capital und FBI klappern vor Angst mit den Zähnen. Okay. Jetzt besorgen wir die Grundausstattung. Also, du brauchst... Ich weiß schon, was ich brauch. Computer, Schiffs und Paulinen. Ich mach das schon. Hi, Schnullalle. Hast du Computer da? Für was hältst du das Zeug hier? Ah, genau. Jetzt pass auf, Baby. Ein Daktari ST1040 mit Bildschirm, eine Grafikkarte und ein Moped. Aber zack. Darf es auch ein Modem sein? Ja, klar. Aber nur, wenn ihr kein Moped da habt. Das heißt so. Ach so. Na ja, weißt du, meine Jokes versteht man nicht gleich. Muss man mich besser kennen. Wie wär's denn, wenn wir beide, du und ich... Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, etwas zum Häkeln. Häkeln. Häkeln, du sagst es, Baby. Ihre Locker, Ernst. Weiter baggern. Hier. Wird sehr gern genommen. Dann nehm ich das. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ja, mit mehr Essen gehen. Wie? Na, muss ja nicht heute Abend sein. Erst die Kohle, dann die Frauen. Tut mir leid. Dieses Jahr hab ich schon was vor. Guter Witz. Okay, ich ruf dich an. Das sind dann genau... ...vier. Bar oder Karte. Karte. Eins, zwei, drei, vier. Ihre Praktisch-Plastik-Geld. Ja, Ernst. Du bist wahnsinnig clever. Und jetzt bauen wir das Zeug zu Hause auf und machen aus der Wall Street eine Achterbahn. Ich hab's, Engel, ich hab's. Ich werde dem Geld schwimmen. Ich werde es hochwerfen und mir auf den Kopf prasseln lassen. Das ist das BTX-Programm der Bundespost. Das findet der Säugling schon in der Krabbelphase. Ich meine, da kannst du Kochrezepte nachlesen oder die Lottozahlen vom letzten Jahr. Aber... Jetzt nicht gut. Doch, doch, ganz toll. Kannst dir gleich bei Obi zwei, drei stramme Stricke bestellen. Nein, nicht gut. Du kannst doch nicht alle Tasten im Schrank haben. Los, weitermachen. Oh, aber jetzt. Bank auf Japan. Schau dir dieses Konto an. Erste Sahne, Ernst. Das buchst du jetzt auf dein Konto um. Genau. Zu den 50 Mark von der Konfirmation. Ernst? Ja. Ich wollte nur gucken, ob das im Fenster gesprungen ist. Ich könnte ein zweites Zimmer gebrauchen. Verneid mich. Ja, was ist denn jetzt? Er arbeitet. Pass auf. Ah, da ist es. Konto 1015342716 Japanbank 0. Ja, Champagner. Konto 125498675 Deutsche Bank München 0. Das ist ja meins. Konto 10171017 Bank von Alaska. 12.412.312 Dollar und 17 Cent plus 50 Mark. Ich bin pleite. Mein Konfirmationsgeld ist in Alaska. Ja, Ernst. Ja, was denn? Vielleicht hast du jemandem eine Freude gemacht. Luzi? Ich hab's mir überlegt. Du kannst mein Zimmer doch haben. Und einen Schutzengel dazu umsonst. Der ist sowas von umsonst. Das glaubst du gar nicht. Wird Ernst Eiswürfel sein Konfirmationsgeld jemals wiedersehen? Wird er seinen Schutzengel wirklich in Luzis mörderische Hände geben? Und wenn, was wird sein Schutzengel davon halten? Kann sich Ernst überhaupt von ihm trennen? Und wenn ja, wie soll dann gut? Er sei zufällig. Du willst es sehen.